Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Python und heute mit natürlich diesem wichtigen Thema Debugging. Wie kriege ich meine Bugs aus meinem Code los? Das ist eigentlich ein Thema, was ich schon sehr lange hätte behandeln sollen, wo mich aber leider irgendwie niemand darauf aufmerksam gemacht hat und ich dachte irgendwie, ich hätte das schon längst behandelt gehabt. Riesiges Sorry von mir, sollte eigentlich viel früher kommen. Okay, also was ist Debugging? Debugging bedeutet, wie werde ich Bugs los? Ich darf ein kleines Beispiel geben und zwar, wenn ich hier zum Beispiel sage, ich möchte hier 42 reingeben, dann das Ganze laufen lasse, dann bekomme ich hier einen Type Error. Ups. Und ja, dazu muss ich den Code noch nicht mal kennen, das ist ja der Witz an der Sache. Ich möchte auch teilweise Code vielleicht debuggen, den jemand anders geschrieben hat, weil ich ihn für mich benutzen möchte. Das kommt sehr häufig vor und je schlechter die Code-Qualität ist, desto schlimmer ist das Ganze zu debuggen. Da kommt euch der Debugger zur Hilfe, den wir kennenlernen werden. Ähm, ja, wir sehen, das hier ist übrigens auch kein guter Code in dem Sinne, weil ich nirgends Kommentare geschrieben habe und niemand weiß, was irgendwas davon tut. Man kennt nur diese Namen hier von den Funktionen und die sind eigentlich ganz aussagekräftig, aber Kommentare habe ich nicht geschrieben. Äh, ich habe sie gesprochen und das hilft mir jetzt natürlich nicht beim Verständnis von meinem Code. Hm, blöd. Also, ähm, was bedeutet dieses, naja, ich habe einen Fehler, Type Error, Object of Type Int has no len. Ähm, okay, was genau heißt das? Ja, wie kriege ich das jetzt raus? Nun, das ist der erste Schritt. Wenn ihr nicht genau wisst, was das bedeutet, ihr könnt natürlich hier direkt draufklicken und dann seht ihr das hier und dann kommt ihr vielleicht schon drauf. Muss aber nicht sein. Ähm, was man machen kann ist, man kann immer den Debugger anschmeißen. Das ist nicht der Play-Button hier, sondern dieser, äh, dieser Bug-Button hier rechts davon, also dieser kleine Käfer, Bug-Käfer und so, ne, das ist ja der Witz an der Sache. Ähm, daher kommt übrigens tatsächlich der Name. Der erste Bug war tatsächlich ein Käfer in einem PC drin, der was verunstaltet hat und deswegen der Name Bug. Ja, äh, kleine Anekdote hier, nicht aus meiner, ähm, aus meinem Leben. Aber, genau, ihr könnt das Ganze auch rechtsklick in den Code rein und dann Debug ausführen und dann bekommt ihr genau dasselbe. So, was passiert ist folgendes. Wenn ihr eine Exception bekommt, dann wird euch als allererstes mal angezeigt, wo diese Exception eigentlich stattgefunden hat und zwar mit diesem kleinen roten Blitz an der Seite. Und hierüber könnt ihr direkt sehen, welche Zeile ist das Ganze. Welchen Wert haben meine ganzen Variablen zum Zeitpunkt des Crashes, also zum Zeitpunkt, wo das ganze Ding kaputt gegangen ist. In dem Fall war S, also dieses kleine S hier, was wir als Parameter haben, auf 42 gesetzt, MaxLength war 0, Start ist 0 und wir haben den Fehler in dieser Zeile bekommen. Der Fehler, den kann ich, also ich sehe hier unten auch meine ganzen Variablen übrigens, ich kann hier aufklappen und kriege dann hier noch Detailinformationen, weil, naja, der Type Error ist halt auch eine Klasse. Das heißt, ich kann das Ganze aufklappen. Ich kann es so lange aufklappen, wie ich möchte, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und, ähm, in dem Fall haben wir hier Arcs, Attribute Arcs of Base Exception Objects. Na, das hilft uns nicht wirklich weiter. Das hier ist der Type Error selber und der hat als Arcs folgendes, und zwar einmal hier einen String Object of Type Int Has No Len. Okay, gut, also das könnt ihr mit jedem Objekt machen. Das macht bei Exceptions natürlich wenig Sinn. Hier sehen wir direkt die Fehlermeldung, was da eigentlich passiert ist und können vielleicht daraus Schlussfolgern, was passiert ist. Wir können übrigens auch, das ist ziemlich nützlich, hier auf die Konsole zugreifen, also quasi sehen, was wurde eigentlich bislang ausgegeben. Das hier wurde ausgegeben, dann sehen wir hier Python Base Exception wurde ausgegeben und dann gab es das da, was ausgegeben wurde. Also wir sehen hier quasi alles, was wir als Nutzer auch sehen würden und wir haben hier oben immer die Möglichkeit zurückzuspringen. So, jetzt sehen wir aber, das ist nur die in dieser Funktion drin gewesen. Ich kann auch aus meiner Funktion rausspringen in die nächste obere Funktion sozusagen. Je weiter runter wir gehen, desto weiter oben sind eigentlich die Funktionen in unserem Call Stack, also in diesem Aufrufstapel. Das ist ja der Main Python Code. Der wird einfach ausgeführt, wenn wir das Skript von oben nach unten laufen lassen. Die Devs hier, die werden nicht ausgeführt. Es geht einfach von oben nach unten durch und ein Dev heißt einfach nur, okay, ich kenne den Namen, ich weiß, was zu tun ist, wenn dieser Name aufgerufen wird, aber merke ich mir jetzt nicht, rufe ich nicht auf vor allem. Das heißt, wir importieren String, import Random, definieren uns zwei Namen und dann kommt der eigentliche Code. Also vor I in Range, bla bla bla, das hier, bla 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 und dann das hier. Das ist diese blau markierte Zeile. Da sind wir und da ist auch der Fehler aufgetreten. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich möchte das ganz außen angucken oder ich möchte diesen Aufruf verfolgen. Also innerhalb Longes Subpolyndrom, da war ja noch mehr Code, da kann ich reinspringen und dann lande ich wieder hier. Und je mehr ihr natürlich habt, desto mehr habt ihr hier auch auf diesem Call Stack. Hier sind Stacks von mehreren, 10, 20, 30, 100 vielleicht sogar, sind da nicht wirklich unüblich. Und wenn ihr mehrere Threads habt, könnt ihr hier oben zwischen den Thread Frames wechseln. Das ist ein echter Zungenbrecher. Eins mit TH und eins mit F, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt hier zwischen den Threads auch durchwechseln, was die jeweils für Variablen haben. Also das Ganze bildet euch sozusagen alle Variablen ab, die ihr zu einem Zeitpunkt des Crashes hattet. Und das hört nicht beim Crash auf. Also klar, in unserem Fall haben wir jetzt hier offensichtlich was falsch gemacht. Was der Fehler war, ist relativ offensichtlich. Wir haben hier len auf einer Zahl aufgerufen, auf einem int. Übrigens nochmal ganz kurz, wenn ich das starte. Ihr könnt hier natürlich auch die Sachen angucken und sehen, aha, das hat den Typ int. Oder aha, das hat den Typ int. Ihr könnt sogar die einzelnen Werte verändern, was natürlich nach einer Exception keinen Sinn mehr macht. Aber ihr könnt hier auch 1, 3, 3, 7 reinschreiben. Dann geht das genauso weiter. Und dann tut es halt einfach so. Aber dazu müsste man jetzt das Skript weiter ausführen können. Und das können wir hier nicht, weil es ist abgestürzt. Okay, also, was passiert, wenn wir sagen, ey, wir packen hier zum Beispiel unseren String S rein. Denn S war ja ein String. Das haben wir ja gesehen. Nun dann, und ich klicke hier auf Debuggen, dann läuft das ganze Ding einfach durch. Ja, das ist jetzt nicht wirklich spannend für uns. Was allerdings spannend ist, ist folgendes. Wir können Breakpoints setzen. Wenn wir uns zum Beispiel nicht ganz sicher sind, was eigentlich hier abgeht, dann setzen wir uns zum Beispiel hier einen Breakpoint. Einfach vorne dran klicken, bevor die Zeile anfängt. Hier einfach so reinklicken. Ist nicht so wichtig, wo genau hier reinklickt. Nicht auf das Minus vielleicht. Und nicht auf die Zeilennummer, weil da markiert ja das Ganze. Aber so zwischendrin kann man das reinklicken. Und dann, ja, hat man diesen kleinen roten Bubble hier. Und dann hält der Code an, wenn wir hier den Debugger benutzen. Das bedeutet, ihr führt den Code aus und hört einfach genau da auf, wo dieser rote Knubbel ist. Und jetzt kann ich den roten Knubbel entfernen oder ich kann ihn drin lassen. Völlig egal. Wenn ich normal ausführe meinen Code, dann passiert einfach gar nichts. Dann wird ganz normal ausgeführt. Die roten Breakpoints werden dann ignoriert komplett. Wenn ich aber Debugging drücke, dann wird das eben hier auch pausiert. So, sehr cool. Das heißt, jetzt können wir uns die ganzen Variablen angucken. Ich kann mir angucken, was ist denn mein String? Aha, jetzt ist es ein STR, ein String vom Typ. Und ich kann jetzt hier mit dem String weiterarbeiten. MaxLength ist immer noch 0. Start ist auch 0. Wunderbar. Okay. Und jetzt habe ich mehrere Optionen. Jetzt kann ich hier einmal hergehen. Ich kann das ganze Ding neu laufen lassen. Das wäre dieses Rerun. Das würde alles von vorne nochmal ausführen und auch im Debugging-Modus ausführen. Ich kann hier zwischen den Threads wechseln. Ich kann auch wieder alles angucken, wie gerade eben auch. Ich kann aber auch hier weitergehen. Resume Program bis zum nächsten Breakpoint. Und das macht man relativ häufig. Und dann sehen wir hier, aha, in Orange, das ist das, was sich geändert hat. Also wir haben hier einmal Left und Right gesetzt. Das sind die Variablen hier. Und wir haben MaxLength aktualisiert. Das hat jetzt den Wert 1. Deswegen ist es jetzt Orange. Der Rest ist grau geblieben, hat sich nicht aktualisiert. Wenn ich jetzt nochmal Resume mache, dann ändern sich Left und Right. Und auch das I hat sich geändert. Und damit habe ich offensichtlich diese drei Variablen geändert. Okay. Ich kann aber noch mehr machen. Ich kann meine Breakpoints anschauen. Also ich kann mir quasi angucken, wo die Dinger sind. Nicht wundern, das sind Exception Breakpoints. Also wenn etwas fehlschlägt hier, dann bitte Breakpoint machen. Das solltet ihr nicht rausmachen. Während hier oben sind meine normalen Breakpoints. Und da sehe ich dann auch den Longest Substring Palindrom Breakpoint in Zeile 15. Das ist der hier, den ich selbst gesetzt habe. Hier kann man auch einstellen, was ihr dann haben wollt. Also entfernen, nachdem er einmal getroffen wurde. Evaluieren und loggen. Oder einfach Enablen oder auch Disablen. Dann ist er halt pausiert. Dann habt ihr dieses Rote mit diesem leeren Roten drin. Dann ist er einfach zwar da als Breakpoint, aber er ist halt nicht aktiv. Falls er euch nervt, falls ihr viel zu viele Breakpoints habt, das geht genauso. Also ihr könnt suspenden, entweder den Thread oder das ganze Programm. Also quasi pausieren. Und euch die ganzen Variablen angucken. Das geht genauso. Und ihr könnt euch da einstellen, was ihr haben wollt. Ihr könnt sogar mit Conditions arbeiten. Das ist allerdings ein bisschen fortgeschrittener. Das würde ich jetzt ungern hier machen. Okay. Das sind so die grundlegenden Sachen für diese Breakpoints. Ihr könnt auch alle Breakpoints erstmal so pausieren. Dann ignoriert das Programm alle eure Breakpoints. Und führt einfach bis zum Ende weiter aus. Und ihr könnt euch das Ergebnis angucken. Das sieht dann so grau aus. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, auch nicht nur zu sagen, ich möchte bis zum nächsten Breakpoint gehen, und euch die Variablen jeweils anzugucken. Oder auch die Variablen von mir aus alle zu aktualisieren live. Sondern, also wenn ich jetzt hier nochmal mache, dann klicken wir hier auf 3. Auf 1 gehen wir hier wieder hoch. Sondern ihr könnt jetzt auch hergehen, und tatsächlich einzeln durch euren Code durchgehen. Also wirklich, als hättet ihr in jeder Zeile einen Breakpoint. Das bedeutet eben sowas hier. Also quasi einmal weiter, nochmal weiter, nochmal weiter, nochmal weiter, nochmal weiter. Achtet aber darauf, ihr seid nur in diesem Codefragment. Also in dieser, in diesem Callstack-Level sozusagen. Das heißt, ihr werdet nicht den Schritt in die Funktion reinmachen. Also nicht bis hier tatsächlich. Also, ihr werdet einfach diesen, diesen Aufruf an die Funktion Check for Palindrom, der ja hier auch aus mehreren Zeilen besteht, werdet ihr einfach als eine Zeile behandeln, wenn ihr hier drüber geht. Also quasi Step Over. Ja. Wenn ihr jetzt allerdings hergeht, und ihr sagt, ich will aber diese Funktion auch evaluieren, vielleicht ist ja da der Fehler drin, dann könnte ich ja auch einfach sagen, Step Into. Und ihr könnt sagen, okay, ich möchte das Ding gerne genau angucken. Und dann geht ihr wirklich in diese Funktion rein, und dann seht ihr auch hier, aha, die Funktionen, oder die Parameter hier drinnen, in der Funktion Check for Palindrom, das ist das, das und das. Sondern jetzt könnt ihr hier weitergehen, 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 und dann landet ihr irgendwann wieder hier draußen. Und ihr seht natürlich hier dann auch, was sich alles wie verändert. Ihr könnt hier jeweils auch Step Into machen. Step Into, Step Into, Step Into. Ja gut, macht jetzt hier nicht wirklich irgendwas. Und ja, dann machen wir das eben hier so weiter. Also quasi hier, mit diesem Step Into Button, würdet ihr wirklich jede Zeile eures selbstgeschriebenen Codes genauer angucken. Okay. Und ja, das ist eigentlich so relativ gut. Wenn ihr Step Out macht, dann sagt ihr, okay, die Funktion interessiert mich nicht, bap, geh wieder hier raus und mach hier oben weiter. Weiter, weiter. Die hat mich zum Beispiel nicht zu interessieren. Wenn ich jetzt hier nochmal Step Out mache, dann lande ich natürlich weiter oben theoretisch, also in meinem Longest Sub Palindrom Aufruf, also in ganz oben, sozusagen hier auf einem Level höher. Aber dadurch, dass ich hier einen Breakpoint habe, lande ich direkt auch wieder bei diesem Breakpoint, weil der Breakpoint ist ja aktiv. Und so könnt ihr euch tatsächlich sehr detailliert angucken, was mit eurem Code eigentlich wie passiert. Ich würde euch das mal empfehlen. Probiert das am besten mal mit einer rekursiven Funktion aus. Sowas wie, ähm, die Fibonacci Zahlen rekursiv oder so. Probiert das damit mal aus. Damit kann man sehr, sehr viel erreichen und sehr, sehr genau angucken, was eigentlich wo kaputt geht und wo man vielleicht einen Denkfehler auch hatte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.